Römisch 2 Das Jahr des Kirtan in Navadvip Chaitanya verabschiedet die Schüler Chaitanya Bhagavata Madhyakanta 1 Alle sind voll Freude ob seine Rückkehr. Freunde kommen in sein Haus und er erzählt von seiner Fahrt. Die Bhaktas segnen ihn und einige sagen, die Hand auf seine Brust legend, Möge Govinda, der kühlendes göttliches Glück ist, dich segnen. Die Mutter der Schwiegereltern und Vishnubriya sind voll Freude. Nachdem alle fortgegangen sind, sitzt er mit einer Handvoll Bhaktas, die zurückgeblieben waren, in geheimen Gespräch, und berichtet von dem heiligen Ort der Lotuse der Füße Vishnus. Weint, kann sich nicht beherrschen, weint, weint. Ruft, Krishna, Krishna. Die Herrchen seines Leibes sträuben sich. Er zittert. Schriman, Pandit und andere sehen den Strom der Ganga, der aus seinen Augen strömt und folgern. Jetzt verstehen wir, nun endlich hat Krishna ihn begnadend ergriffen. Dann fasst er sich. Heißt sie fortgehen und kündet an, dass er am nächsten Tag ihnen allen ohne Außenstehende im Hause Shuklambaras das Leid seines Herzens ausbreiten will. Am frühen Morgen gehen alle Bhaktas zu Shrivasas Haus, um Blumen zu pflücken. Ein Jasminstrauch ist in seinem Garten, der unerschöpfliche Berge von Blüten spendet. Ist es der Wunschbaum, der in seinem Garten sichtbar wurde? Da treffen Gadathara, Gopinata, Ramai, Shrivasa einander. Und mit lachendem Gesicht kommt Schriman, Pandit. Sie sind erstaunt, ihn lachen zu sehen, und voll Freude berichtet er das Unerhörte. Nimaipandit ist ein ganz großer Weichnauer geworden. Als er von Gaia zurückkam, ging er sofort zu ihm hin. Jetzt ist er ganz und gar wie einer, welcher der Welt entsagt hat. Nicht eine Spur seiner früheren Kindheit findet sich, und abseits sitzend sprach er von Krishna, und Unerhörtes sah ich. Gadathara geht schnell in Shuklambaras Haus und verbirgt sich dort, damit er von Krishna hören darf. Sadashiva, Murari, Shriman, Shuklambara treffen ein. Dann kommt er, begrüßt sie in großer Freude, doch schaut sein Sinn nicht nach außen. Sobald er die Bhaktas sieht, rezitiert er einen Vers. Ich hatte ihn erreicht, Ishvara. Wo ist er hingegangen? In seiner Versunkenheit umarmte er eine Säule und fiel mit ihr zu Boden. Wo ist Krishna? Rufend, die Haare aufgelöst. Da riefen die Bhaktas, Oh, Krishna! und fielen wie bewusstlos zur Erde. Und im Inneren des Hauses fiel Gadathara in Ohnmacht. Niemand nahm Notiz vom Anderen. Alle waren in Ohnmacht, im Glück des Krishna Prema. Verwundert lächelt die Ganga. Fußnote 381 Über die Wirkung der höchsten Form des Prema von Radha auf die Außenwelt, Mahabhav, siehe Seite 206. Dann kam sein Bewusstsein der Außenwelt zurück. Und er, der Vishwambara, der Erhalter der Welt, ruft, Krishna! Und weint heftig. Da erhob sich Kirtanar, gemischt mit Weinen in Prema. Shuklambaras ganzes Haus wurde zu Prema. Dann fragte Vishwambara plötzlich, Wer hält sich innerhalb des Hauses auf? Und Shuklambaras sagt, Gadathara. Mit gesenktem Haupt weint Gadathara bitterlich. Er sah es und war tiefst zufrieden mit Gadathara. Und sagte, O Gadathara, welch ein gutes Geschick wurde dir zuteil. Von Kindheit an ist dein Sinn unveränderlich auf Krishna ausgerichtet. Mir ist, als sei in falschem Rasa das ganze Leben von mir vertan worden. Jetzt habe ich unschätzbaren Reichtum erhalten und was schicksalmäßig tadelhaft war, ist fort. Und wieder fiel Vishwambara zu Boden. Sein Leib rollte im Staube. Die Qual des Brabussehens weinen alle Bhaktas und niemand bringt ein Wort heraus. Er ruft, O nehmt mein Leid fort, bringt ihn her, meinen Nanda Gopendra Nandana Krishna. Der ganze Tag floss dahin, in solchem Glück, als ob er ein Augenblick wäre. Fußnote 382 Krishna Chaitanya erlebt im Bewusstsein Radhas die Trennung von sich selbst, von Krishna. Seine Mutter verstand nicht, was mit ihrem Sohne geschehen war und um des Heils ihres Sohnes willen tat sie Verehrung Vishnus und der Ganga. Krishna Chandra nahm meinen Gatten fort. Nur ein Sohn ist mir geblieben. O Krishna, ich bin herrenlos. Gib mir die Gabe, dass mein Vishwambara gesund im Hause bleibt. Die Schüler kommen, doch außer Krishna bringt er nichts über seine Lippen. Die Schüler verstehen nichts von all dem und wenn sie ihn bitten, sie zu lehren und zufällig Hari im Buche steht und jemand dieses Wort liest, dann fühlt Vishwambara Glück. Wenn er das Wort Hari hört, verliert er das Bewusstsein der Außenwelt. In seiner tiefen Versunkenheit wird ihm alles, was immer er lehrt, Sanskrit-Grammatik, Erklärungen und so weiter, zum Gottesnamen. Und er sagt, ewiglich wahr ist der Name Krishnas und alle Shastras lehren nichts als Krishna. Krishna ist Ursprung, Erhalter, Auflöser. Brahma, Vishnu, Shiva und so weiter sind lediglich Krishnas Diener. Wenn jemand Krishnas Füße verlässt, dann geht sein Leben mit unwahren Worten umsonst dahin. Wenn jemand für Krishnas Namen weder Sinn noch Liebe hat, der mag alle Shastras studieren, sein Ende ist schlimm. Und wenn ein ganz Armer aus niedrigster Familie den Namen Krishna nimmt, so geht er bei allen Mängeln doch in das Reich Krishnas. Wer das Wesen der Shastras nicht weiß und doch lehrt, der ist ein Esel, der nur die Last der Shastras trägt und elendiglich stirbt. Vernehmt, ihr Brüder, meine wahren Worte, verehrt, liebend, den unschätzbaren Reichtum der Füße Krishnas, ihn, dessen Füße Lakshmi immer zu dienen begehrt, dessen Füße der lautere Shankara Shiva dient, von dessen Füßen die Ganga stammt. O Brüder, lasst die Lotuse dieser Füße eure einzige Hoffnung sein. Vishwambara ist das Parabrahman, göttliche Wortgestalt. Jedes Wort seiner Erklärung ist wahr. Die Schüler hören in Verwirrung aufmerksam zu. Und selbst er wird verwirrt bei seiner eigenen Erklärung. Es ist so, dass die eigenständige, natürliche Bedeutung eines Wortes an sich eben Krishna der wahre ist und Ishvara erklärt es. Fußnote 383 Shiva Goswami sagt, Jedes Wort bedeutet seinem eigentlichen Sinne nach Krishna, die Chit-Welt und alles, was ihm zugewandt ist. Doch wird diese Grundbedeutung jedes Wortes von den Unwissenden nicht verstanden. Und dann scheinen die Worte Dinge der Gott abgewandten Maya-Welt zu bedeuten. Der rechte Sinn dämmert auf, wenn Gottes eigene Erkenntnis und Liebeskraft, die Kraft der Prima-Bhakti, ins Herz kommt. Nach einer Weile erlangte er Bewusstsein der Außenwelt zurück, schämte sich ein wenig und sagte, Wie habe ich heute die Grammatik erklärt? Da sagten die Schüler, Wir verstanden überhaupt nichts. Du hast nur das Wort Krishna erklärt. Wer vermag wohl, deinen Kommentar zu verstehen? Da lachte er und sagte, Hört, macht eure Bücher zu und kommt zur Ganga. Und zusammen gingen sie hin. Er badete mit den Schülern in der Ganga. Die Ganga war voll Freude. Dann gingen sie alle nach Hause. Bravo wechselt das Gewand, wäscht die Füße, begießt die Thulasi, tut Verehrung Govindas, sitzt zum Essen nieder, opfert der Thulasi Reis und so weiter. Überliefert Krishna sein ganzes Wesen und erst dann ist er. Vor ihm sitzt Saji. Vishnu Priya schaut von draußen ins Zimmer. Die Mutter fragt ihn, was er heute gelehrt habe. Prabhu sagt, Heute habe ich den Krishna-Namen erklärt. Er ist ewige Wirklichkeit und eins mit dem Lotus von Krishnas Füßen. Und ewige Wirklichkeit ist das Hören und ist der Ruhmpreis der überweltlichen Eigenschaften des Krishna-Namens. Und ewige Wirklichkeit ist auch jeder Diener Krishna-Chandras. Nur jenes Shastra, das Krishna-Bhakti lehrt, ist wahr. Sonst wird das Shastra zu einem gottlosen Ding. Er spricht von nichts als von Krishna. Er, der nichts als den Raser der Gelehrsamkeit kannte, er kannte jetzt nichts als Krishna. Die Schüler kommen zu ihm. Doch außer Krishna kommt nichts über seine Lippen. Alle grammatischen Definitionen erklärt er als Krishna. Sie fragen nach der Reihenfolge der Sanskrit-Buchstaben. Er antwortet Narayana und so weiter. Die Schüler lachen. Da sie nicht verstehen, fordert er sie schließlich auf, am Nachmittag wiederzukommen. Sie beklagen sich bei seinem Lehrer Gangadasa, dass er seit seiner Rückkunft aus Gaya nichts lehre, bloß von Krishna spreche. Jede grammatische Regel, alles endet mit Krishna, Krishna. Und dann lacht er, weint er. Gangadasa ermahnt ihn. Darauf ging Prabhu mit seinen Schülern vor das Stadttor und saß nieder. Er, dessen Füße über dem Herzen der Lakshmi ruhen. Und er erklärt die grammatikalischen Merksprüche. Nun geschah es, dass am Stadttor ein sehr, sehr glücklicher Brahman lebte, mit Namen Radna Garba, ein Kamerad von Nima's Vater aus dem gleichen Dorf. Und er rezitierte gerade eine Strophe aus dem Bhagavatam, die Krishnas Gestalt beschreibt. In Freude und in Bhakti-Yoga rezitierte der Brahmane und die Worte drangen in Nima's Ohr. Die Kraft der Bhakti ließ ihn stehen bleiben und hören. Und sofort fiel er bewusstlos auf die Erde. Die Schüler wunderten sich sehr. Nach einer kurzen Weile kommt Vishwambara wieder zu sich und ruft Sprich! Sprich! Und er rollt am Boden Sprich! Sprich! ruft er der liebreiche Ozean von Krishna Glück und benetzt mit seinen Tränen die Erde. Tränen, Zittern, Herrchen sträuben und so weiter. Und der Brahmane spricht zu seiner Freude voll Bhakti eine Bhakti-Strophe. Als Prabhu das Rezitieren mit so großem Bhakti-Yoga hört, umarmt er ihn und der Leib Ratnangarbhas wird voll von Bremer. Und der Brahmane ergreift die Füße Prabhus und weint. Ein Gefangener in den Fesseln des Bremer Chaitanyas. Und er rezitiert weitere Strophen voller Bremer und Prabhu schreit. Sprich! 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 Da kamen Leute herbei und wunderten sich und grüßten ehrfürchtig. Rezitiere nicht weiter, sagte Gadathara. Alle saßen um ihn herum. Da erhielt Prabhu das Bewusstsein der Außenwelt zurück und fragte. Was habe ich gesagt? Habe ich etwa eine Ungeschicklichkeit begangen? Die Schüler sagten. Nein, du hast nichts derartiges getan. Haben wir etwa die Shakti irgendetwas zu sagen? Da verboten ihn, seine Freunde weiter zu sprechen. Und im Bewusstsein der Außenwelt stand Vishwambara auf und ging mit allen um die Gange zu grüßen. Und er saß dann am Ufer nieder wie Nandas Sohn Krishna mit den Hirtenknaben am Yamuna Ufer. Am Morgen sind die Schüler wieder bereit. Nach dem Gangabat kommt der Herr, doch nichts als Krishna leuchtet ihm auf und jedes Wort erklärt er so, dass es Krishna Bhakti bedeutet. Die Schüler fragen, was ist die Definition der Wurzel eines Verbs? Tattoo. Da sagt er Hört zu! Ich erkläre das Merkwort der Grammatik, welches das Wesen einer Verbwurzel definiert. Denkt an einen König von edlem Leib mit goldenem Schmuck. Alles Reichtum, Richterkraft über Leben und Tod ist in seiner Hand. Doch was geschieht, wenn er ohne Wurzel, ohne Leben ist? Tattoo, auch innere Essenz, Leben. In der Form der Wurzel des Lebens wohnt Krishnas Shakti in allem Leibern. Solange sie im Leibe ist, wird der Leib geschätzt und der Mensch geliebt. Doch ohne sie, wohin ist die Schönheit des Leibes des Königs? Sie wird zur Asche und der Leib wird von den anderen gemieden. Die Sanskrit-Lehrer wissen das nicht. Blöd definieren sie, was eine Verbwurzel ist und was sie nicht ist. Und doch ist es so einfach. Wir grüßen jemanden verehrend, solange die Wurzel des Lebens in ihm ist. Und wenn diese Wurzel nicht in ihm ist, dann baden wir schnell, wenn wir ihn berührt haben. Ein Vater erweist seinem Sohn so viel Liebe, doch wenn er tot ist, legt der Sohn Feuer in den Mund des Vaters. Fußnote 384 Das ist heute noch in Ostbengalen bei der Verbrennung des Leichnams eines Vaters üblich. Habt Bhakti zu den Lotussen der Füße Krishnas, solange noch Leben und Energie in eurem Leibe ist. Krishna ist Mutter, Krishna ist Vater, Krishna ist Reichtum des Lebens. Ich erfasse eure Füße und sage, gebt euren Geist dem Krishna. Im Bewusstsein ein Diener Krishnas zu sein, erklärt Prabhu seine eigene Größe. Stunden waren dahin geflossen. Uns die Schüler hörten aufmerksam zu und waren entzückt. Diese Schüler sind sicherlich alle Krishnas Diener. Kann es anders sein, wenn Krishna selbst sie lehrt? Dann schaut er auf, blickt in ihre Gesichter und schämt sich im Herzen und fragt. Wie habe ich das Wesen der Wurzel definiert? Die Schüler antworten, die Bedeutung, die du gibst, ist die wahre. Niemand vermag dem etwas entgegen zu setzen, wenn du ein Wort erklärst. Alles, was du sagst, ist die volle Wahrheit. Da fragt er, schaut mich an, ist mir etwa der Wind in den Kopf gestiegen und und hat mich überwältigt? Wie habe ich die Erklärung zum grammatikalischen Sutra erläutert? Da sagten sie, alles in eines mündend, in den Namen Gottes. Sutra, Erklärung, Erläuterung, alles erklärst du als Krishna. Wer ist wohlwürdig, deine Erklärung zu verstehen? Wir betrachten dich als keinen gewöhnlichen Menschen. Er fragt, Was habt ihr in mir gesehen? Sie antworteten Unerhörtes. Du weintest, als ob die Ganga aus deinem Augen strömte und schließlich zitterte und bebte deine Gestalt. Hunderte von Leuten hätten nicht die Kraft, dich zu halten. Alle Herrchen deines Körpers streuten sich und deine Goldgestalt war mit Speichel, Fieberschweiß und Staub bedeckt. Und alle, die dich sahen, sagten, dieser ist Narayana. Alle taten sich zusammen, um dich zu halten, als du plötzlich wieder zum Bewusstsein der Außenwelt kamst. Du weißt nichts von allem. Und noch etwas wollen sagen. Bitte höre zu. Zehn Tage lang erkläre, dass das Wort jedes Shastra, Krishna Bhakti und Krishnas Namen bedeutet. Zehn Tage lang mögen ohne Grammatiklehrer dahin gehen, doch fürchten wir uns alle, es zu sagen. Die wirkliche letzte Bedeutung eines Wortes ist nur dir erkennbar. Prabhu sagt, zehn Tage wollt ihr keine Grammatik lehren? Geziemt es euch, einen solchen Vorschlag zu machen, die Schüler sowie alle Shastras erklären. Wahr ist allein Krishna. Solche Erklärung ist nötig, denn das ist eben die Substanz aller Shastras. Es ist unser Fehler, dass wir das nicht annehmen, was du als wesentlich das lehrst. Das ist das einzig Wissenswerte und es ist unsere eigene Schuld, dass wir uns das nicht zu Herzen nehmen. Da freut sich Prabhu und gnadenreich sagt er, Brüder, was ihr sagt, ist nur zu wahr und niemand außer mir vermag das Unaussprechliche auszusprechen. Wieder kommt er ins Bewusstsein Radhas. Das ist ein Knabe von dunkelblauer Hautfarbe, Krishna Varna. Der bläst die Flöte und wohin ich schaue, überall sehe ich ihn. Alles, was ich höre, alles ist mir Name Krishnas. Die ganze Welt sehe ich in Gowindas Krishnas Gestalt. Damit seid ihr von heute an entlassen. Ich vermag nicht mehr Grammatik zu lehren. Geht alle zu anderen Lehren, jeweils zu jenem, der euch zusagt. Ich habe meine Einwilligung gegeben. Mir kommt außer Krishna nichts über die Lippen. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, wie es um mich steht. Und also sprechend band er mit der Schnur sein Buch zusammen Tränen in den Augen. Da grüßten ihn seine Schüler verehrungsvoll und sagten Wir hatten uns vorgenommen bei dir zu studieren. Was können wir bei anderen schon verstehen? Im Leid der Trennung von ihrem Lehrer sagten sie weinend Mag die Erklärung die aus deinem Munde stammt von Geburt zu Geburt in unseren Herzen bleiben? Wozu zu anderen Lehrern gehen? Was wir von dir gelernt haben ist uns genug und sie grüßten ihn mit gefaltenen Händen und schnürten ihre Bücher zu. Die Schüler rufen Hari und er umarmt sie und weint. Die Schüler weinen ihre Gesichter auf die Brust gesenkt. Ihre Worte ersticken in der Kehle und er segnet sie und sagt Wenn ich eines Tages ein Diener Krishnas werde, dann werdet ihr alle erlangen, was ihr begehrt. Nehmt alle Zuflucht bei Krishna. Eure Lippen mögen voll von Krishnas Namen sein und hört immer Krishnas Namen. Lasst Krishna euer aller Reichtum und Leben sein. Genug des Studiums. Wir alle wollen zusammen Krishna Krishna singen und mit Krishnas Gnade wird euch allen das Shastra von selbst aufleuchten. Ihr alle seid meine ewigen Freunde und Verwandten von Geburt zu Geburt. Die Schüler hören den Nektar seine Worte und sind voll höchstem Glück. Ich Vrindavan Das grüße verehrend alle seine Schüler denn sie haben ja das große Glück Chaitanyas Jünger zu sein. Denn niemand anderer als ein Diener Krishnas vermag Krishna selbst zum Lehrer zu haben. Wo er der Herr von Vaikuntha in Navadvip lehrte dort sind noch heute überall in Navadvip Erinnerungsstätten. Die Chaitanya-Lila hat weder Anfang noch Ende nur sichtbar werden Avirbav und wieder unsichtbar werden Tirubav wie die Veden sagen. Damit ist die Fülle des Spiels der Wissensentfaltung vollendet und manifestiert wurde der Beginn des Sankirtan. Die Schüler weinten mit Tränen erstickter Stimme. Da sagte der gnadenvolle Prabhu zu ihnen. Da haben wir gelehrt und gelesen. Lange Zeit. Nun lasst uns voll machen und Kirtan Krishnas tun. Die Jünger fragten Wie ist Sankirtan? Und er selbst lehrte sie. Und mit den Händen den Takt schlagend tut er mit den Jüngern zusammen Kirtan. Fußnote 385 Kirtana Das ist Singen der Gottesnamen und Durchdenken ihrer Bedeutung und Sankirtan Das ist Kirtana in vollkommener Weise. Sam gab es schon lange vor Chitanya. Das, was er neu einführte, war das Nagara Kirtana. Das ist Kirtana in Gemeinschaft. Bei Chitanya und den Seinen war das allerdings ein spontaner Ausdruck der Prima Bhakti, die sich in vielfältiger Weise äußerte in der Form von Gesang, Tanz, Weinen, Lachen, Tränen, Ohnmacht und so weiter. Und mit den Händen den Takt schlagend tut er mit den Jüngern zusammen Kirtana. Er selbst der Herr des Kirtana, der im Kirtan besungen wird, tut Kirtana. Die Jünger sitzen um ihn herum und er versinkt in den Raser seines eigenen Namens. Schließlich erlangt er wieder Bewusstsein der Außenwelt und voller Gnaden sagt er zu allen Krishna, Krishna, sein Bewusstsein der Welt war wohl zurückgekommen, doch keine Worte der Welt kamen über seine Lippen. Seine Hände umschlingen den Hals aller Vaishnavas und er weint. So begann seine Selbstoffenbarung und damit das Ende des Leides der Bhaktas. Chaitanya Bhagavata Madhyakanda 2 Mahabrabhu Vishwambara tat täglich Sankirtan mit den Vaishnavas. Alle waren in Aananda. Sein Versunkensein in Kirtan war ganz und gar verschieden von dem, was sie sonst sahen. Wenn er zum Bewusstsein der Außenwelt zurückkam, schlang er seine Arme um den Hals der Bhaktas und weinte so, dass es unerträglich war. Fußnote 386 Chaitanya erlebt sich als Radha in Trennung von Krishna. O Hari, du Freund derer, die Herrenlos sind, o du einziger Ozean von Erbarmern, niemand ist so erbarmungsvoll wie du, o weh, o weh, wie soll ich diese unheilvollen Tage dahin bringen, die Tage, da ich dir nicht dienen kann. Krishna Karnamrita 1.41 Wo ist er hin? Eben war er da, mit der Flöte an den Lippen. So spricht Mahababu, seufzt, weint und zu seinen Bhaktas, die seine engsten Freunde sind, sagt er, sobald er wieder etwas bei sich ist. Ich sage euch, was mein Leid ist. Es hat kein Ende. Ich erhielt ihn und verlor ihn, den Kanai Krishna. Und sie alle sitzen um ihn herum und lauschen in Glaubensgewissheit. Da ist ein Dorf. Es heißt Kanais Natashala. Ich sah es auf dem Rückweg von Gaia. Da ist ein wunderschöner Knabe von dunkler schwarzblauer Farbe, wie der Tamale Baum mit dem goldleuchtenden Gunja Kranz, mit lieblichen Ohrringen, mit dem mannigfaltigen Pfauenfederschmuck auf seinen Haupte, leuchtenden Edelsteinen in der Hand die betörende Flöte. Und er kam lächelnd, lächelnd auf mich zu, umarmt mich und entfloh. Eines Tages kommt Gadotara zu ihm mit Betel in der Hand, voller Freude Prabhu zu sehen. Und Prabhu fragt ihn sofort, wo ist der dunkelfarbige Krishna in goldenem Gewand? Und es zerreißt das Herz, wenn man die Qual erlebt, mit der er spricht. Und es kommt einem nichts auf die Lippen. Das sagt Gadotara in Verwirrung. Krishna ist doch immer da in deinem Herzen. Da fängt Prabhu an, mit seinen Nägeln die Brust über seinem Herzen zu zerreißen. Und Gadotara eilt hinzu und ergreift seine Hände und mit vieler Mühe gelingt es ihm, ihn zu beruhigen, indem er sagt, Krishna wird doch kommen, beruhige dich. Seine Mutter sieht und hört das und sie ist sehr froh über Gadotaras Benehmen und sagt, ich verstehe nicht, was in dem Sinn dieses Kindes vor sich geht. Ich fürchte mich und wage nicht, ihm zu Gesicht zu kommen. Wie schön hast du das Kind beruhigt. Du musst dauernd hier bei ihm bleiben und es nicht verlassen. Wie seltsam, sie sah den unerhörten Prima Yoga in ihm und doch sah sie nur das Kind in ihm.